Im Finale der Damen, umso lauter wird es jetzt für Sabrina Schlacker Österreich. Momentan noch immer in Führung, Tanja Luschnik, Eva Pauli und Maja Rutger. Ja, das ist die Top 3 in diesem Moment. Schlacker macht das bisher sehr elegant, sehr klug und sehr souverän. Auch sie nützt ihr diesen roten Boulderstein. Ja, kommen wir Sabrina. Eine der Schlüsselpassagen, wo sie sich jetzt gerade befindet. Und auch hier wieder viel mit den Unter- und Oberarmen hantieren muss. So, kommen wir Sabrina. Ja, kreuzig der Rad, da ist er. Ja, wichtiger, wichtiger Zug im, beziehungsweise am Weg nach oben für Sabrina Schlacker. Ist die Führung von Tanja Luschnik in Gefahr? Das ist die große Frage. Einen Protestplatz hat Österreich sicher. Es ist nur die Frage, ob Tanja Luschnik oder Sabrina Schlacker. So, wichtiger Zug für sie. Arbeitet das sehr, sehr klug und sehr gut mit ihren Füßen. Macht sich das neben da durch und einiges einfacher. Und ist jetzt fast im letzten Drittel der Free Solo Masters Wante in Lienz unterwegs. Schüttelt er noch einmal die Hände aus. Leute, geben wir ihr Kraft, pushen wir sie rauf da. Die soll uns hören, die kann uns hören. Und wird jetzt da noch ein paar Schritte nach oben machen, das ist sicher. Come on, Sabrina. Yes. Starker Zug von ihr hier. Und jetzt geht's nach oben. Sabrina Schlacker, ist sie auf dem Weg zur Führung? Das ist hier die große, große Frage. Jetzt zittert Tanja Luschnik, jetzt zittert die Führung. Wichtiger Zug, geht er noch einmal zurück. Um hier richtig zu greifen. Yes, come on. Sabrina Schlacker.